Was im Internet Interessantes für sie zu finden war, hat Alan Hoffmann in der Web-Revue zusammengestellt. Ich sehe zu und denke, was zum Teufel tun die da? Der Videokünstler Max Hattler hatte niemanden, der ihm den Fußball erklärte. Doch ohne gelernte Codes versteht man nichts, beweist sein Clip, den Zeit Online zur Fußball-WM bei ihm in Auftrag gab. Ein sehr fremder Blick auf vertraute Rituale.